Hallo hier Nichtsflicke! Heute gibt's wieder einen kleinen Mini-Vlog von Kaldi, ich fresse jetzt! Von Notebook aus So, ähm... Ich durfte den PC mal wieder neu machen Pion ist auch dabei Es war mal wieder eine Virus-Attacke Naja, das war halt keine Virus-Attacke Egal, es war halt irgendwas Das DDL-Cannel wahrscheinlich gefrackt hat und du warst so blöd, um es zu beheben Egal, jedenfalls Windows wurde neu installiert Da ist Barker, warte mal, sieht man deine hässliche Fresse Geh weg! Geh! Da! Da! Ich hol euch mal hier ran Und... Jetzt muss ich wieder Adobe... Junge! Jetzt muss ich wieder Adobe installieren Adobe Premiere, After Effects und dergleichen Das ist jetzt so ein wertes Infovideo, dass wir noch existieren Junge... Verpiss dich doch jetzt! Und ja, wir sehen uns demnächst wieder Bis denn... Du blöder Spaß, ey!